Es ist der perfekte Zeitpunkt, um geile Drafts zu bauen, nämlich kurz nachdem das letzte Tots released wurde. Jetzt kamen in kurzer Zeit so viele neue Karten mit verrückt guten Ratings und daraus können wir jetzt was Schönes basteln. Welche Formation genehmigen wir uns dafür? Dreier Kette ist, glaube ich, eigentlich immer ganz fresh mit zwei Mittelstürmern. Auch noch kann man sich gar nicht beschweren. Ich hatte noch keinen Draft. Boah, okay, die Käpt'n-Ausfall ist frech. Genau, für LM, wobei Hero immer volle Chemie und so geht das fit. Ich hatte noch keinen Draft mit einem 92er-Rating, so. Da können wir auf jeden Fall angreifen, das können wir, denke ich, hier heute hinkriegen. Und die Chemie soll auf jeden Fall auch schmecken, die soll keine Katastrophe sein. Warte mal, ich will erst mal jetzt einen Verteidiger. Wir haben drei Verteidiger, die müssten im besten Fall alle stabil sein. Eda Militao ist gut. Daneben! Oh, für den Brasillen-Link. Oh, der auch schon gut Chemie wegen Ginola kriegt. Oder halt fürs Rating und auch volle Chemie. Ich glaube, ich nehme Barresi. Dem Vielfalt kann man nicht auf 33... Oh mein Gott, was passiert hier? Wir können eigentlich nicht auf 33 von 33 Chemie gehen. Da kann man nur ein Einliegen-Team bauen. Da kann man nicht die besten Spieler mitnehmen. Das ist wack. Boah, was wir hier gerade veranstalten können, schmeckt mir schon sehr gerne. Das schmeckt mir richtig gerne. Kriegen wir hier mit dem Sturm auch was Gutes? Oh mein Gott! Was ist das denn für ein Draft bisher? Portugal oder Niederlande werden wir beides, glaube ich, gar nicht mehr wiedersehen hier in dem Draft. Deswegen nehme ich ihn einfach mit. Egal! Und die hier hinten auch und sowas. Jetzt muss langsam wirklich Müll kommen. Kann nicht sein, dass alle gut sind! Was zur Hölle? Okay, jetzt bringen wir Bundesliga auch noch mit in die Verlosung. Wir könnten hier noch mit dem Franzosen und Premier League und so. Aber nee, dann will ich auch den Delikt mitnehmen. Was ist das für Karten, Mann? Chemie finde ich sowieso ein Prank. Ich merke, ob die Leute jetzt volle Schmier haben oder nicht. Ich merke da kaum einen Unterschied. Egal, und jetzt noch Lorente, der auch so eine geile Karte hat. Auch hier sage ich, wir können Saka mitnehmen. Premier League wird leichter zum Linken sein gleich. Aber ja, das ist Lorente. Guck mal, seine Karte hat. Das ist ein Totts Moments. Wir haben nicht einen einzigen Spieler all in all bekommen, den ich weg finde. Bei der Käpt'n-Auswahl dachte ich am Anfang, okay, vielleicht habe ich mich verschätzt mit den Drafts momentan. Aber wenn ich das jetzt sehe... Halleluja. So, hier ist egal, was wir kriegen, weil wir haben einen guten auf der Bank. Und wir kriegen trotzdem noch mal was Gutes. Wir haben sogar freie Wahl. Wollen wir Eusebio haben? Wollen wir Buschkas haben? Ne, wir haben ein 90er-Rating, obwohl wir zwei Spieler noch nicht mal ausgewählt haben. Überleg mal, kriegen wir jetzt auch noch einen guten Keeper? Ne, Digga, das ist gottlos. Warte mal, Mainon ist Franzose. Na, was? Nein, spielt leider... Warte mal, Franzose aus der Premier League. Ist geil. Er hat nicht das höchste Rating hier. Aber für ein bisschen Chemie, Lopez würde auch pushen. Warte mal, wenn wir Eusebio noch reintun... Dann hat er auch noch mal Chemie. Oder halt auf einen Premier League-Stürmer hoffen. Das ist halt jetzt die Frage. Warte, hier haben wir 16. Hier haben wir auch 16. Und mit einem Tausch haben wir dann 17. Ne, komm, wir gehen mit ihm, weil Premier League... 92er-Rating, es fehlt noch ein Spieler. Digga, ich nehme hier auf der Reserve wieder was. Und selbst der Spieler ist nice. Also, gleich müssen wir so achtmal nacheinander Non-Race kriegen. Anders wäre das ganz sus. Warte mal, der Stürmer wird anscheinend auch fresh. Oh, fresh, ja, aber nicht dieses... 94! Seh ich zum ersten Mal. Ich mein's ernst. Seh ich zum ersten Mal. Zum aller, allerersten Mal. Was zur Hölle? Ich merke gerade, ihr könnt die Bank gar nicht so gut sehen, ne? Weil meine Cam da so ein bisschen fort... Mal nach oben schieben. Dann ist alles ein bisschen entspannter. Na ja, dann habt ihr auch die ganze Zeit den Blick da. Warte mal, was soll ich machen? Pato mit dem Brasilien-Link, jeder mal die Taube hat dann gepusht. Hier haben wir noch mal französische Liga. Dann erst einfach volle Chemie. Sieht cool aus, so. Gegen Sagen, Serie A. Also, ja, sind alles nicht so die Mega-Banger, aber vom Spielerischen würde ich sagen Al-Jabert. Oder? Ja, schon Al-Jabert. Einfach rein da. 94er-Rating. Bro. Wir haben ja auch nicht mal immer die mit den höchsten Ratings mitgenommen, so mäßig. Also, so wird man es dann wahrscheinlich am Ende spielen. Oha. Respektlos, herrlich. Respektlos. Wenn man so Positionen hier noch leicht anpassen könnte. Ja, okay, der kann LM gar nicht. Aber wenn man den zu LM umformen könnte, hätte er auch den Link nach vorne zu Eusebio und sowas. Wäre crazy. Kreufe, da soll Kreufe mitnehmen? Warte mal, das wäre halt für Niederlande ganz big. Ich nehme mal Kreufe mit. Weil dann liegt nochmal ein Chemiepunkt höher. Also, wie gesagt, am Ende wird man dann eh Pushkas oder so einwechseln. Jetzt vom Rating her einen runter, aber das ist auch nicht dramatisch. Wenn wir gerade ein bisschen die Chemie hochhauen, aber was ist das denn für ein Draft? Luka Modric hat jetzt für die ganzen La Liga-Spieler hier, fühlt euch geküsst. Fühlt euch geküsst. Wow. Was bräuchte man denn hier, um noch weiter rein zu pushen? Ah, jetzt hätte ich vorhin diesen Lopez im Tor nehmen müssen. Wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, wäre dieser Lopez viel besser, dadurch, dass wir jetzt ganz von der Premier League weggegangen sind. Also, sowas kann man immer vorher nicht wissen. Ich bin 25 Chemie auch schon sehr stabil. Und diese Karten hier, die wir haben, ehrlich. No chill. Ich will jetzt auch nicht auf Kampf so irgendwas für Chemie mitnehmen. Also, ich will dann schon die geilen Spieler, wie zum Beispiel so ein Jota auch nochmal auf der Bank. Wo bleiben denn die Schlechten? Es macht gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Wir haben nicht einen Milchspieler. Normalerweise kinkt man acht Non-Rest und so pro Draft. Ich ahne das gar nicht, was hier gerade abgeht. Yay libt mich, yay feiert mich, keine Ahnung was. Son auch noch. Ja, rufe an, Digga. Kein Stress, Digga. Nehme ich. Guck mal hier. Okay, schade, ich dachte, Rating geht hoch. Dafür müssten wir den, glaube ich, noch machen. Den wäre wieder auf einer 94. Das ist so krank. So, jetzt aber. Zack. Die restlichen Spiele können wir, glaube ich, schnell machen. Ähm. Hier ist jetzt keiner, der auch Chemie bringen würde. Vielleicht der hier? Gegen Spanien aus der spanischen Liga. Wenn man dann auch einen La Liga-Manager mitbekommt und so, dann könnte das richtig reinschallern. Also, das wäre ein Game Changer sogar. Dann wäre mir sogar gefühlt fast auf voll. Wenn man dann noch einen La Liga-Manager... Wobei... Ja, aber das ist also so, das will ich jetzt nicht in meiner Elf haben. So, wir machen weiter. Was kommt hier jetzt noch in dieser Wahl? Will ich... Ist mir egal, ob ihr Chemie pusht, Mann. Ihr könnt nix. Ihr habt mit Fußball nix zu tun. So. Nehmen wir ihn. Nehmen wir... Wobei, wenn eine Spacial-Karte dabei ist, nehmen wir einfach die Spacial-Karte. Oder warte mal, Kingsley, Coman. Wade. Franzose auch. Mh. In Bayern. Er hätte, glaube ich, sogar mehr Chemie als Ginola auch. Oder? Das muss ich. So schwer nehmen, mit Kopfrecht. Denn er geht einen hoch, der geht... Aber dann geht der hier hinten einen runter. Stimmt. Und Ginola wäre auf drei von drei. So, letzter Spieler nochmal. Gold-Rare, Non-Rare, wie auch immer. Mitnehmen. Aber wir haben hier, glaube ich, auf jeden Fall ein 93er-Rating. Weil wir selbst mit dieser Schimmelbank eine 92 haben, was schon sehr, sehr, sehr krank ist. Zack! Da sind wir auf dem 93er-Rating. Und das ist definitiv das beste Draft-Team, was ich bisher in diesem FIFA hatte. Ey, wir brauchen nicht groß drum herum reden. Wir können einmal kurz überlegen, ob wir hier noch ein bisschen Chemie mit dem Manager rausholen können. Was müsste das für ein Manager sein? Brasilianischer wird uns was holen. Sonst wird's mau, ne? Sonst wird's mau. Eusebio wird ja auch hier nix ändern, an der Mannschaft sogar runterhauen. Ah, stimmt! Nicht Dummkopf. Man kann den Move halt noch machen, um auf schnell hier noch ein bisschen voranzukommen. Das ist ehrlich nicht verkehrt. Das ist ganz und gar nicht verkehrt. Ah, mir fällt gerade ein mit einem Bundesliga-Manager. Dann wäre Kumau wirklich besser als ein Brasilianischer Bundesliga-Manager. Dann wären wir jetzt auf 30, weil wir dann Kumau reintun. Aber guckt euch das an. Wer von euch länger keine Drafts mehr gebaut hat, es ist Zeit zu scheinen. Alle der geilsten Karten im Spiel kann man easy kriegen. Die besten Totskarten, Totsmoments, Icons, Totis. Alles kann man momentan testen in Drafts. Das ist übertrieben geil. So, wir gehen mal reingucken, was die Manager so machen. Serial-Liga Portugal. Okay, ganz schwer, dass da überhaupt irgendeiner ein bisschen was bringt. Ah, ein Spanier! Und Lorente! Er ist zwar Bronze, aber das ist egal. Beim Manager kommt's ja nicht auf die Qualität, auf den Kartentyp an oder so. Also, 119 ist auch sogar schon stabil. Klar, wenn man einfach ein Ein-League-Team baut mit einem 90er-Rating und dann Chemie voll, so ist es am Ende vom Gesamtrating besser. Aber von der Spielbarkeit, von den Karten, wenn man am Ende, da kann man überlegen, ob man Neusebi oder Pushkas da vorne drin haben will. Kann man auch mit Son de Bruyne uns überlegen. Man hat sogar über drei geile Auslächsenspieler. Also vom spielerischen. Ich sag so, das ist mein geilstes Draft. Und ich muss zwar jetzt leider gleich los, aber ich werde damit auf jeden Fall die Winstreak holen. Hä? Auf cool, auf gechillt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Draft bisher war. Yes! Lasst ein Like da, abonniert den Channel hier, um nichts mehr zu verpassen. Ihr merkt, täglich momentan wird die wieder durchgezogen mit verschiedenen Content, Reactions, FIFA, alles drum und dran. Musik Dr. BJ